Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Jurassic World Evolution Mod Video, denn ich habe vorhin auf die Mod-Seite geguckt. Ich war eine Woche im Urlaub bei Miriam in Bochum und bin jetzt wieder zu Hause und habe gerade mal auf die Seite geguckt, was Jurassic World Evolution Mods angeht. Und es sind richtig, richtig viele coole neue Mods rausgekommen. Unter anderem ist jetzt gerade heute eine rausgekommen, die mich sehr interessiert. Ihr habt sicherlich schon am Titel gesehen, denn es hat sich jemand daran getraut, den Terry Zinosaurus in das Spiel zu modden. Das ist ja ein Dinosaurier, dem wünsche ich mir schon Ewigkeiten für das Spiel. Habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video erwähnt, ja vor einem Jahr oder so, dass das so mit der Dino ist, den ich mir am meisten für das Spiel wünsche. Und endlich hat sich ein Modder daran getraut, den einzufügen. Ich bin super, super gespannt, was auch mega cool ist. Der wurde auch hier mit diesem Bild eingefügt. Und normalerweise steht auch in der Mod-Beschreibung, dass auch hier die Namen und Beschreibungen und so von den Dinosauriern angepasst wurden. Kann gut sein, dass ich hier irgendwie was falsch installiert habe oder so. Weil hier steht noch Apatosaurus. Das ist nämlich der Dinosaurier, der überschrieben wird sozusagen mit dem Terry Zinosaurus. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. Aber keine Sorge, ich habe alles gebackupt. Also da wird nichts passieren. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt. Ah ne, wartet mal. Bevor wir uns den anschauen, ich wünsche euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Das ist das erste Video, was ich aufnehme im neuen Jahr, weil ich war im Urlaub und bin jetzt erst wiedergekommen und habe jetzt leider erst wieder die Möglichkeit, was zu zocken. Also frohes neues Jahr an euch alle. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Terry Zinosaurus an. Ich bin super gespannt, wie der aussieht und wie die Animationen und so sind. Oh mein Gott, das sieht cool aus. Die Musik ist aber, glaube ich, die gleiche wie beim Apatona. Die Geräusche weiß ich auch gar nicht, ob die überschrieben wurden. Ich glaube, die sind auch noch gleich. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das die Apato-Geräusche sind. Ja, und natürlich, der Text von der Frau ist auch noch nicht überschrieben. Also so weit ist die Mod dann auch noch nicht. Aber ich finde schon richtig cool, was bei dieser Mod alles gemacht wurde. Also das werde ich euch gleich auch noch mal ein bisschen genauer zeigen, wenn wir uns das auf der Seite anschauen. Aber das Model an sich sieht ja schon mal richtig cool aus, oder? Mit den langen Clown. Aber der geht sehr, sehr langsam. Also der hat halt noch diesen Apato, äh, ja, die Bewegungsgeschwindigkeit und sowas. Aber die Animation vom Laufen sieht schon mal nicht schlecht aus. Aber ich glaube, der Terry Zino war in echt auch relativ schnell unterwegs auch mal, ne? Könnte ich mir zumindest vorstellen. Also er schleicht halt jetzt gerade sehr. Vielleicht können wir gleich mal ausprobieren, wenn wir da einen Fleischfresser oder so reinmachen, dass der in Panik gerät und vielleicht mal ein bisschen rennt, dass wir uns das mal angucken. Ich mache mal kurz hier so einen Mutterspender rein. Vielleicht rennt der da auch gleich hin. Aber wir können jetzt nochmal das Model jetzt genauer angucken. Also Hammer, wirklich. Ich bin wirklich gerade sehr beeindruckt davon, dass schon solche aufwendigen Dinosaurier hier reingemodelt werden in das Spiel. Und der sieht auch echt ganz gut aus, ne? Vom Model her. Könnte noch ein bisschen schärfer hier sein. Also gerade hier ist das so ein bisschen verschwommen. Aber das sieht schon cool aus, ne? Auch hier so dieser Federansatz. Der ist auch nice. Aber den kann man sicherlich auch noch ein bisschen schöner hinkriegen, das Gefieder. Ich habe jetzt leider auch keine Ahnung, wie der paleontologische vom Aufbau her richtig ist. Also damit kenne ich mich leider nicht so aus. Aber so wie ich ihn jetzt hier sehe, kenne ich ihn eigentlich schon. Und auch die Klauen, richtig cool. Ja, die Texturen sind teilweise, könnten die meiner Meinung nach noch ein bisschen schärfer sein. Aber der sieht schon sehr, sehr cool aus. Und der passt ja auch ins Gesamtbild, wenn ihr mal so schaut. Also der passt gut in das Spiel. Sehr, sehr gut gewordenes Model. Bin echt gespannt, wo uns das Modding hier von Jurassic World Evolution noch hinführen wird, weil das gefällt mir echt gut. Bin auch gespannt gleich, ob es noch andere Skins für den gibt. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die Trinkanimation gleich an, wenn er irgendwann mal dort ankommen sollte. Er ist halt wirklich so langsam unterwegs wie der Apato, wie der Sauropode. Ich gehe halt auch davon aus, dass er zum Beispiel nicht kämpfen kann mit seinen Clown. Logischerweise, es wurde ja eigentlich nur das Model und so ersetzt. Also das wäre natürlich noch viel, viel aufwendiger vom Modding und Programmierfaktor. Aber ich hoffe, das Modding geht irgendwann so weit, dass sogar neue Animationen und sowas eingefügt werden. Wobei, so ein bisschen wurden die Animationen ja auch geändert hier, ne? Definitiv. Sieht doch gut aus. Oh mein Gott. Also die Trinkanimation sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Man sieht natürlich, dass der sehr, sehr langsam und gemächlich noch ist, wie der Apato halt auch. Und das sind definitiv die Apato-Geräusche. Aber ich bin wirklich beeindruckt, Leute. Also ehrlich. Das sieht doch schon sehr, sehr gut aus. Ich bin gleich gespannt, wie der von dem Pieder hier fressen wird. Aber wir lassen mal die anderen frei. Mal gucken. Das ist jetzt Savanne. Das wohin war Standard. Bin jetzt mal gespannt, wie dieser Skin aussieht. Der sieht wirklich anders aus. Oh mein Gott, wie cool. Okay, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht. Bin sehr beeindruckt gerade von der Mod. Also wirklich. Ich glaube, ich werde den Terrizino auch drin lassen in meinem Spiel. Weil den Apato finde ich nicht so spannend. Aber der ist schon echt cool. Oh mein Gott. Hammer. Ich bin mal gespannt, ob der die noch weiterentwickelt. Dass der dann auch irgendwann kämpfen kann mit seinen Clown und so. Also wenn das irgendwann in diese Richtung gehen wird mit dem Modding. Das wäre richtig heftig. Das ist ja so cool. Und definitiv auch anders von der Farbe. Der ist jetzt hier so ein bisschen rötlich drin. Der ist halt viel weißer. Das war ja Savanne. Ich lasse die andere nebenbei auch nochmal frei. Hier haben wir nebenbei auch Steppe noch. Steppe, Sumpf und Küstengebiet. Lasse ich mal alle frei. Schauen wir uns gleich alle an. Okay, ich bin wirklich beeindruckt. Ich habe ja letztes Mal auch schon die Ovi-Raptor-Mod mir angeguckt. Aber diese Mod dagegen ist halt schon wirklich heftig. Also der passt hier wirklich gut ins Bild, wenn man mal so schaut. Mega. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ja, der sieht auf jeden Fall auch ein bisschen anders aus. Kann es in dem Licht hier leider sehr, sehr schwer erkennen. Ob die gleich noch fressen gehen? Es wird jetzt hier ewig dauern, bis die alle frei sind. Wir schauen uns das hier nochmal ganz kurz an. Der geht jetzt hier vorne nochmal an den Fieder hoffentlich. Vielleicht machen die gleich auch nochmal so eine kleine Schnackrunde, wo die sich sozialisieren. Also richtig krasse Skins sind es jetzt nicht. Aber ich finde es cool, dass es einfach die Möglichkeit gibt, dass hier verschiedene Skins verfügbar sind. Die sind halt alle so ein bisschen unterschiedlich schon aus von der Farbe. Aber sind halt alle sehr natürlich, sage ich mal. Also keine knalligen, bunten Farben, sondern eher so blasse Farben oder bräunliche Farben, grünliche Farben. So in diese Richtung gehen die eigentlich eher alle so. Jetzt sehen wir gleich die Fressensanimation. Also dass der so langsam unterwegs ist, ist natürlich ein bisschen störend, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Terry in echt früher so langsam unterwegs war. Ich meine, der läuft ja auf zwei Beinen, ne? Langsam schleichen ist da, glaube ich, nicht so angenehm. Ich habe den falsch angeklickt. Ich wollte echt den hier haben. Also das ist jetzt die Fressensanimation. Ja, ist ein bisschen schade. Der bewegt halt seine Klauen so gar nicht, ne? Ich glaube, die hängen nur runter. Also ich habe sie zumindest jetzt noch gar nicht bewegen sehen, die Klauen. Ich glaube, die sind halt wirklich nur am Hängen. Aber wenn man den so im Spiel lässt, ich glaube, das würde nicht auffallen, wenn man den so in seinem Park hat. Ich glaube, das würde nicht stören. Weil der sieht halt schon echt cool aus. Hier haben wir den letzten Skin. Der ist auch nice. Der ist sehr, sehr dunkel. Welcher ist das? Das Küstengebiet. Der ist so eher schwarz, der Skin. Der sieht aber auch cool aus. Der Schwanz ist auch sehr, sehr cool. Buschig, ne? Schauen wir uns nochmal eben an. Das ist schon nice. Das ist wirklich cool. Also ich glaube, man kann das definitiv noch ein bisschen verbessern, das Model. Aber ich bin wirklich schon sehr beeindruckt. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Das ist richtig cool. Ich weiß jetzt aber gar nicht, welche Animation uns hier noch fehlt. Also sozialisieren können wir uns gleich nochmal angucken, wie das aussieht. Und eventuell... Also kämpfen geht ja nicht wirklich, weil Sauropoden kämpfen ja nicht. Wir könnten uns angucken, wie der Indominus Rex auf die reagiert. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Weil der Indominus Rex kann ja Sauropoden töten. Und das würde ich mir gerne mal angucken. Vielleicht ist die Animation dann ja voll buggy oder so. Würde ich sagen, das machen wir gleich mal. Aber erstmal warte ich jetzt, bis die sich hier mal sozialisieren. So, ich glaube, das ist jetzt schon der Fall. Die stellen sich jetzt auf jeden Fall schon auf. Ich glaube, gleich wird hier geschnackt. Jo, jetzt geht's los. Wie das klingt. Ist halt original der Apato-Schrei leider noch. Ist aber schon alles cool. Das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Da kann man sich echt nicht beklagen. Ja, richtig nice. Okay, ich würde sagen, ich brüte mal eben ein Indominus aus. Und dann schauen wir uns das nochmal eben zu guter Letzt an. So, Leute. In der Zeit, wo das Ganze ausbrütet, schauen wir nochmal kurz auf der Seite vorbei bei der Mod. Diese Mod werde ich natürlich für euch wieder verlinken. Die könnt ihr auch gerne mal ausprobieren. Wenn ihr das Ganze machen wollt, dann müsst ihr hier unten auf Files gehen. Und dann könnt ihr hier den manuellen Download machen. Da könnt ihr das Ganze runterladen. Da ist dann eine Textdatei drin. Da steht alles beschrieben, wie ihr das Ganze installieren könnt. Natürlich alles auf Englisch. Beachtet auf jeden Fall, dass ihr vorher eure Dateien, die ihr austauscht, backupt. Dass ihr die einmal sichert. Dass ihr, wenn ihr irgendwas kaputt macht, das Ganze rückgängig machen könnt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber hier stehen halt auch nochmal so ein paar Beschreibungen und sowas. Aber die Bilder sagen eigentlich mehr als die Beschreibung aus. Hier sieht man ihn nochmal ganz gut. Und man sieht halt auch, dass es die erste Mod so ist, die wirklich so in die Richtung geht, dass man den im Spiel verwenden kann. Weil es wurde zum Beispiel hier auch die Beschreibung und der Name angepasst. Also alles auf Englisch leider oder Französisch oder Spanisch bis jetzt nur. Also die deutsche Version gibt es noch nicht leider. Aber hier ist zum Beispiel Terricinosaurus. Dann ist hier die Höhe angepasst, das Gewicht, die Länge, die Beschreibung und sowas. Das ist schon sehr, sehr cool gemacht. Finde ich richtig nice. Und es wurde sogar die, wie heißt das denn, Ausgrabungsstätte wurde angepasst. In Mongolia. Also da scheint der wohl gefunden worden zu sein, der Terricino damals. Und selbst das wurde angepasst. Und dort kann man jetzt auch sozusagen den Terricinosaurus finden. Also ich finde das richtig cool. Hier sieht man nochmal die Fossilien. Die sind hier dann auch nochmal zu sehen. Und das ist dann halt auch wirklich Terricinosaurus genommen. Also wurde alles richtig nice angepasst. Was ist das hier nochmal? Ah, okay. Hier sieht man nochmal den Unterschied. Also das Schwarze hier, dieses schwarze Skelett, das war vorher der Apato. Und der Terricino ist sozusagen das hier. Ah, ich verstehe. Okay. Das heißt, das Hinterbein wurde sozusagen einfach deletet. Und hier der hintere Teil. Und das ist der Rest hier. Der Hals bewegt sich noch normal. Der Kopf bewegt sich noch normal. Deswegen sehen wir wahrscheinlich auch keine Bewegung hier in dem vorderen Arm. Weil der sozusagen, ja, vorher auch nicht bewegt wurde von dem Apato. Ist schon sehr, sehr interessant. Also Props gehen auf jeden Fall raus an dich. Digital Duck Modeling. Richtig coole Mod. Ich hoffe, du entwickelst sie noch weiter. Vielleicht auch mal auf Deutsch. Vielleicht ein paar Animationen. Vielleicht auch irgendwann mal die Sounds. Ich weiß, das ist alles sehr, sehr aufwendig. Aber irgendwann könnte es natürlich passieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich weiß gar nicht, was ich euch hier noch zeigen könnte. Das sind die Bilder. Also runterladen könnt ihr das Ganze hier. Wie ihr das Ganze installiert. Das steht, wie gesagt, alles hier drin. Ansonsten gibt es hier noch Bugs. Könnt ihr hier melden. Posts und sowas. Ah, da schreiben dann noch so ein paar Leute was rein. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal mit dem Indominus Rex an. So, ich glaube, jetzt könnte hier was passieren. Oder auch nicht. Das werden wir jetzt sehen. Doch, sieht gut aus. Jetzt sehen wir die Animation gegen den Terry. Die sah jetzt auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Das sah halt wirklich gar nicht so schlecht aus, oder? Auch wie er umgekippt ist. Also da habe ich schon schlechteres gesehen. Not bad. Vielleicht können wir das Ganze gleich nochmal in Zeitlupe uns angucken. Wenn er jetzt hier gleich nochmal ein bisschen... Ärger machen sollte. Wir können uns jetzt hier auch nochmal den Totentheri angucken. Oh, der Arme. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze nochmal in Zeitlupe an, so zu guter Letzt. Aber ich bin wirklich beeindruckt, dass die Animation trotzdem noch so gut aussah. Ja, Leute, jetzt sehen wir das Ganze nochmal in Zeitlupe. Und ich würde sagen, schreibt mal am besten in die Kommentare, wie euch diese Mod gefällt oder das Video gefallen hat. Das macht mich sehr interessiert. Ja gut, jetzt sieht man sogar nochmal, dass die Animation nicht ganz perfekt ist. Aber es ist jetzt auch nicht so schlecht. Also er trifft ihn auf jeden Fall schon mal einigermaßen. Da schreit er vor Schmerz. Ist jetzt hier auch blutüberströmt. Und kippt um. Armer, kleiner Terry. Da gehen sie in einen Dominus Rex. Hat mal nicht viele Chancen. Oh. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auch selber ein Like freuen. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was neue, coole Jurassic World Evolution Mods angeht. Und vielleicht werde ich auch nochmal über die Mods, die so in der letzten Woche rausgekommen sind, nochmal ein weiteres Video machen, wo ich euch die alle so, oder zumindest die Besten, so ein bisschen präsentiere. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein angenehmes Wochenende. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.